Heute gibt es einigen Klatsch und Tratsch aus der Szene. Im öffentlich-rechtlichen Internet steigen die Besucherzahlen rastand an, bei YouTube tut sich einiges und einige kleine Geheimnisse zu einigen YouTubern gibt es auch noch. Und jetzt geht es auch schon los. Ist euch aufgefallen, wie die YouTube-Suche und die Anzeigen bei YouTube sich verändert haben? Ist euch aufgefallen, dass euch überhaupt nicht mehr die alten Sachen vorgeschlagen werden? Und nur noch irgendwelches komisches Zeug. Müsst ihr mal drauf achten, was da recht so angezeigt wird. Bei mir ist es so, dass da eigentlich überhaupt nicht mehr die Kanäle vorkommen, die ich immer so gucke. Aber wenn ich mal auf irgendeinen anderen Kanal gehe, der so gar nichts mit Politik zu tun hat, dann habe ich da nur drei Minuten Video gesehen und ich bekomme ständig neue Vorschläge von diesem Kanal. Aber wie gesagt, von den Kanälen, die ich regelmäßig gucke, vielleicht sogar täglich, da wird mir wenig bis gar nichts vorgeschlagen. Dafür wird mir ganz viel von Phoenix vorgeschlagen. Ganz erstaunlich. Der Kanal ist uralt. Seit 2005 gibt es ihn bei YouTube. Quasi seit dem ersten Tag. Nie wollte jemand was von Phoenix wissen. Die Zuschauerzahlen waren grottig. Und zwar über ein Jahrzehnt. Seit einigen Wochen jedoch. Also man merkt schon seit ein paar Monaten. Aber seit einigen Wochen geht es so richtig rund. Es wird einem quasi überhaupt nichts anderes mehr als Phoenix vorgeschlagen. Also mir zumindest. Und da habe ich doch mal ein bisschen recherchiert. Weil ja auch die ganze Internetzensur, Artikel 13, in den USA geht es auch rund, Shadow Banning und so weiter, alles ziemlich aktuell und laut ist in letzter Zeit. Da scheint es ja jetzt richtig rund zu gehen. Und tatsächlich, da wird wohl ordentlich aufgeräumt. Der Sender Phoenix hat über 15 Jahre gebraucht, um 50.000 Abonnenten zu bekommen. In den letzten Wochen hat er seine Abonnentenzahl verdoppelt. Und hat in wenigen Monaten die nächsten 50.000 Abonnenten abgestaubt. Der Kanal, von dem also über viele, viele, viele Jahre niemand was wissen wollte, der wird auf einmal ganz populär. Naja, gut. Kommentieren kann man nicht. Die Bewertungen sehen auch meistens ziemlich übel aus, aber er ist beliebt wie kein Zweiter. Und das können wir auch in den Statistiken sehen. Man glaubt es gar nicht. Die Viewzahlen haben sich von einem Monat auf den anderen um fast 500% erhöht. Das könnt ihr hier in den Statistiken nachlesen und auch selber gerne kontrollieren. Das Programm allerdings hat sich die letzten 15 Jahre nicht geändert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich dachte, ich informiere euch da mal drüber. Eine heiße Geschichte. Sehr interessant, wie es da wohl in Zukunft weitergehen wird. Bei meinem Kanal hier merkt man Ähnliches. Nur leider in die andere Richtung. Obwohl er in 10 Jahren noch nicht eine einzige Verwarnung bekommen hat. Die Bewertungen super sind. Ja, man kann fast sagen, besser können sie gar nicht sein. Meistens haben wir hier eine Rate von 99% positiven Bewertungen. Also so irgendwie 2000 zu 10, 20 schlechten Bewertungen. Und trotzdem geht es rapide abwärts. Meine Zuschauerzahlen sind um 300-500% eingebrochen in den letzten Wochen. Und das allerbeste. Meine Abozahlen sind lustig. Bislang habe ich ca. 3000 neue Abos im Monat gemacht. Und jetzt sage und schreibe auf Null hinunter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf Null. Und das wohlgemerkt in einem Zeitraum, wo ich fast 10.000 positive Bewertungen bekommen habe. Also noch ein bisschen auffälliger geht es dann wirklich nicht mehr, meine lieben Freunde. Wenn das nicht mal Zahlen sind. Das muss ich dann schon sagen. Also da bin ich jetzt schon ein bisschen baff. Dass hier derart offensichtlich Einfluss genommen wird. Wohlgemerkt auf einem Kanal, der noch nie verwarnt wurde. Während massig andere Kanäle quasi permanent verwarnt werden. Die Dämonetarisierung hat ja mittlerweile einige getroffen. Allerdings auch hier sehr interessant mal hinzuschauen, wen es denn nicht getroffen hat. Und verwundet stellt man fest, dass eine ganze Reihe sehr sehr heftiger Kanäle erstaunlicherweise scheinbar überhaupt keine Probleme damit haben. Kanäle, die schon ganz oft im negativen Blick der Öffentlichkeit standen. Ken FM, Noviso, die Ufologen bei Exopolitik, Wikihausen und einige mehr. Und auch RT Deutsch, der vermeintlich rechtsextreme Sender im Internet. Also ich kenne mich da ja jetzt nicht so aus, aber hat man da nicht im letzten Jahr ziemlich viel gelesen von wegen Propaganda und Staatsfernsehen und Manipulation und Fake News und Rechts und Rechtsextrem und Rechtspopulistisch und weiß der Teufel was noch alles. Tja, auch hier, für weiter gute Aufrufzahlen und Monetarisierung reicht es bislang scheinbar noch, im Gegensatz zum kleinen liberalen Quatschkanal. Hm, da verstehe einer die Welt. Besonders erstaunlich deshalb, weil diese Kanäle sich ja selbst so darstellen, als die großen Systemkritiker, als der schärfste Don im Fleisch des Systems, als die große Opposition im Netz, der Feind des Systems, der Feind der Regierung. So verkauft, bewirbt und gefällt man sich dort selbst, aber offensichtlich weiß das beim System noch keiner. Also Werbung ist auf jeden Fall okay. Hingegen scheint es furchtbar wichtig zu sein, kleine liberale Comedy-Formate zu drosseln. Merkwürdige Veranstaltungen irgendwie. Naja, aber was weiß ich schon, ich habe ja von nichts eine Ahnung. Ach, dazu gibt es übrigens auch noch einen lustigen Funfact. Die eben aufgezählten Kanäle behaupten ja immer ganz, ganz furchtbar Links- und Sozialisten zu sein. Also so für Umverteilung, die Reichen haben zu viel, die Armen haben zu wenig, Geld ist doof, Zins ist doof, Unternehmertum ist doof. Alles ist irgendwie doof, was so mit Wirtschaft und vor allem mit Geld zu tun hat. Leute, die die ganze Zeit anmahnen, dass andere Leute Geld verdienen wollen. Unternehmer zum Beispiel, die immer beklagen, dass es immer nur ums Geld geht. Und dass die Leute doch mal mehr für die Gemeinschaft tun sollen. Öfter was umsonst tun, Geld spenden. Also nicht nur keins bekommen und umsonst arbeiten, sondern sogar noch viel abgeben und nicht so egoistisch sein sollen. Selber hingegen macht man dann irgendwie kein Fingerstreich für umsonst. Quasi niemand sammelt so viel Spenden ein wie diese Kanäle. Lustige 10, 20, 30.000 lässt man sich da an Spenden zukommen jeden Monat. Und dem noch nicht genug, man knallt die Videos obendrein noch mit ordentlich Werbung zu. Tja, so sind sie, unsere selbstlosen Sozen. Wäre ja auch noch schöner, wenn wir unsere anspruchsvollen Sendungen wie einmal die Woche mit dem Kumpel 2 Stunden telefonieren, am Ende noch unbezahlt machen würden. 2, 3, 4.000 Euro dürfen es da ruhig sein. Und am besten noch obendrein jammern, dass man mehr Spenden und Geld braucht, weil ja alles so teuer ist. Ich finde auch, das ist durchaus nicht zu viel für mal ein Stündchen telefonieren. Wir hingegen der böse, egoistische Kapitalistenkanal, der verzichtet auf Werbung und arbeitet brav für sie umsonst. Ich glaube, ich habe in 10 Jahren YouTube nicht bekommen, was die da in einem Monat abkassieren. Junge, 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 nicht schlecht. Wobei, nun gut, so ganz kommt das Konzept nicht an. Das hat man nun davon, wenn man zu nett ist. Wäre man mal Sozi geworden. Und falls sich jetzt jemand fragt, wie ich auf die Zahlen komme. Nun ja, einerseits Insider-Informationen, andererseits müsst ihr die aber gar nicht haben. Kann man so raushören. Jebsen ist es in dem Interview schon mal so ein bisschen unabsichtlich rausgerutscht. Also nicht direkt, aber indirekt. Er hat eben die Zahlen und die Durchschnittsumme gesagt. Somit kann man sich es ausrechnen. Und ja, bei Exo-Politik, da lesen sie sogar alle Spender persönlich vor. Da wird vor jeder Sendung 20-30 Minuten jeder einzelne Spender vorgelesen. Inklusive Betrag. Da rechnen sie doch einfach mal mit. Und dann wissen sie auch im groben Bescheid. Irgendwie muss bei den Sozis die Basis, also der Zuschauer, tatsächlich äußerst spendenfreudig. Und selbstlos sein. Obwohl die ähnlich viel Likes haben, so viel Spenden bekomme ich nicht einmal im Jahr. Was die da in einer Sendung abkassieren. Also, da bin ich schon ein bisschen fasziniert von als alter Marktwirtschaftler. Also, mir wäre das als Kapitalist fast peinlich, so viel Kohle einzusammeln für ein Stundentelefonat. Und dann machen die das doch glatt als Sozi. Und haben da nicht einmal ein schlechtes Gewissen, sondern sagen noch, wir brauchen noch mehr. Bei aller Hähme muss ich sagen, ich finde es schon einen sehr interessanten Aspekt. Wenn man sich das mal so genau überlegt. Mit den Ideologien dahinter, den Beträgen. Und vor allem, wenn man rechnen kann und wüsste, was es in einer sozialistischen Welt wirklich gäbe. Wenn man da mal umverteilt. Na, man schustert sich halt in manchen Kreisen die Welt gern zurecht. An dieser Stelle auch nochmal erwähnt, hier keine Werbung. Ein bisschen mitmachen wäre ganz nice. Ein Kaffee im Monat, nicht zu viel. Patreon, Link steht unten in der Beschreibung. Sie haben jetzt einige Informationen und Denkansätze. Und wir schalten jetzt ab. Sie können ja jetzt nochmal losgehen und ein bisschen selber recherchieren. Sich die Statistiken von Phoenix angucken. Und mal so ein bisschen rumschauen, wer sonst noch so monetarisiert und demonetarisiert ist. Und vor allem, behalten Sie mir das Web im Auge. Ach, und wenn Sie noch 5 Minuten Zeit haben, dann machen Sie doch jetzt mal was Vernünftiges und schreiben am Wochenende eine kurze E-Mail. 5 oder 10 Zeilen dürften reichen. Bleibt nett, bleibt freundlich. Und sagt YouTube doch mal eure Meinung. Ganz nett, ganz höflich. Dass es euch nicht passt, wie sich da YouTube verändert. Dass die ganze Zeit unschöne Neuerungen kommen und gute Sachen wegfallen. Broadcast Yourself, dass alte Firmenlogo von YouTube nichts mehr zählt. Beziehungsweise Mainstream First weicht. Dass man die Redefreiheit früher so groß geschrieben hat. Und dass mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Und dass ihr da eben hoch unzufrieden seid. Auch könnt ihr das gern mal anderen YouTubern sagen, dass sie das in ihrer Community auch mal anregen. Wenn da einige tausend E-Mails angehen, dann nervt die das einerseits und andererseits. Und andererseits besteht zumindest ein bisschen eine Chance, dass es sich bessert, aufhört oder zumindest auch nur abgemildert wird. Auf jeden Fall kostet nichts, ist schnell gemacht. Die E-Mail schreibe ich euch in die Kommentare, unter welcher E-Mail ihr die erreichen könnt. Ich gebe euch zwei, suche euch eine aus oder schreibt auch gleich an beide. Ist in drei, fünf Minuten passiert, kann nicht schaden und könnte durchaus helfen.